ja moin jetzt wie geht's dir wunderbar ich hatte mir gerade schon mal ein alkoholfreies bier hingestellt für die stunde was ist schon wieder halb leer schauen wir mal ist so warm bei dir als grandiose nervosität du fährst doch oft on stream und ja ein bisschen neue situation jetzt bei jemand anders auf dem bildschirm zu gucken und deine maus zu dirigieren und so mal schauen aufregend ja vielleicht möchtest du noch mal kurz was zu dir loswerden damit die leute wissen wer überhaupt da ist und warum du eigentlich hier bist keine ahnung ich fahre sim racing eigentlich seit 20 jahren zwischendurch mit einer pause für eine ganz normale ausbildung mit studium und so weiter und vor drei vier jahren bin ich wieder in sim racing gestolpert als ich mich für das virtuelle race of champions qualifiziert habe und da habe ich dann alten kumpel wieder getroffen der mittlerweile bei g2 esports gearbeitet hatte und er hat so ein kleines sim racing team betreut und keine zeit dafür gehabt und dann hat er mir das kurze hand in die hand gedrückt und plötzlich war ich sozusagen für das team von red bull racing esports verantwortlich und hatte dann zwei jahre mit den jungs da ja mich durch f1 esports und diverse sim racing serien im hintergrund gequältes übertrieben gemanagt und das war mir jetzt aber zu viel deswegen habe ich mich jetzt wieder mehr auf mich konzentriert wollte mein eigenes fahren intensivieren und da so viel zeit dafür drauf geht ich glaube im sim racing muss man irgendwie dass ich muss es für mich monetarisieren und mir haben auch immer so tools gefehlt und ich habe viele anfragen von leuten bekommen ob ich ihnen denn helfen kann jetzt habe ich viele coachings gemacht aber ich kann gar nicht so viele coachings machen wie es leute gibt die besser werden wollen und ich hatte auch schon mal mit einem kooperiert mit diesem racing sim tools aber mir war das ding zu kompliziert ich wollte was einfacheres mit einem klareren fokus und ja so habe ich jetzt einen kumpel überzeugen können der ein sehr guter programmierer ist dass er mir das baut was ich gerne hätte und das ist das popometer dass wir uns heute angucken schön also mit 20 jahren erfahrung wirst du doch bestimmt schon kannst also hast du noch spaß am fahren also so richtig spaß dass du wenn du mal einen tag nicht fährst du sagst jetzt muss ich aber unbedingt wieder ballern also ein tag reicht manchmal nicht was aber unglaublich hilft ist einfach mal was anderes zu fahren und zu vergessen dass es häufig um competition geht also nicht immer nur trainieren für ein rennen sondern da ist lfm dann auch wieder gut dass ich mich einfach mal ein anderes auto setze und auf einfach mal ein rennen fahre und von hinten starte oder so und das alles nicht so ernst ist ich glaube diese ernsthaftigkeit ist das problem am spaß aber sonst macht sim racing natürlich eigentlich immer bock wo du gerade ernsthaftigkeit gesagt hast hast du jetzt das popometer zusammen gebastelt hast ich öffne das mal dann könnte ich das mal sehen das ist das popometer du arbeitest du wirklich so viel mit telemetrie daten dass du dich selber über telemetrie und solche informationen verbessert oder ist das für dich wirklich so nice to have brauche ich aber nicht unbedingt also für sagen wir mal für die leute die jetzt dann diese letzten zwei dreizehntel haben also innerhalb des teams gucken wir schon auch noch mal rein aber meistens bin ich ja mit arthur und gregor wir fahren ja meistens die gleichen runden zeiten da ist eine zehntel dazwischen und das einzige was uns vielleicht unterscheidet ist irgendwie die konstanz das heißt wenn wir darauf gucken dann gucken wir mal wo also da ist meistens da kann vielleicht eine kurve oder so da findet man noch mal was wo einer was anders macht aber meistens können wir unter uns nichts machen aber für ja alle die sagen wir mal so ab drei vier fünfzehnteln wenn das so dein gap ist dann ist in den daten meistens schon was zu sehen und je größer der zeitunterschied ist desto eher desto wahrscheinlicher lässt sich in den tools auch ganz klar was herausarbeiten wie man ja wo man fehler macht oder wo man was besser machen kann man muss ja positiv formulieren ja wäre schon nicht schlecht weil wenn ich jetzt nämlich das hier mal so ansehe du hast ja wir haben uns du bist ja auf mich zugekommen und hast mich gefragt ob ich das mal ausprobiere und ich war davon sehr angetan und habe jetzt am dienstag habe ich angefangen quota zu fahren oder bin der hat begonnen quota für mich zu entdecken weil wir dieses woche eine 24 stunden rennen fahren und du hast da einfach mal gesagt komm ich baue dir mal schnell ein paket zusammen also man muss dazu sagen in dem paket ist ein setup immer dabei also die leute wenn sie die telemetrie kaufen haben ein setup dabei und bei einigen ist sogar noch das replay dabei habe ich gesehen und du hattest da mal was zusammengeschnürt und bis halt mal ganz flug so aus dem stehgreifen mit dem auto was du ja eigentlich nicht so viel fährst 2 4 3 7 5 gefahren ich weiß nicht wie viele runden hast du denn trainiert auf quota bis jetzt naja die strecke gibt es ja noch nicht so lange normalerweise haben kriegen wir also kriege ich das ja mal ein paar tage vorher für diese für dieses kunos event oder so weil diesmal war ich gerade in münchen habe da mit bmw irgendwas gefilmt da hatte ich keine gelegenheit aber ich meine man hat die strecke ja schon mal gesehen ich glaube dass für uns jetzt für uns profis eine strecke einzuüben ist insofern dauert das nicht so lange weil wir immer die gt3s fahren und das alleine hat schon so viele wieder sich wiederholende elemente wie bremspunkte sind also der der aller früheste bremspunkt den es im spiel gibt sind 150 meter auf monza das heißt ich kann das ist schon mal meine erste benchmark ich weiß beim 150er schild also wenn ich da bremse bin ich safe und wenn ich das erstmal für jede kurve mache dann kann ich dann nächste runde entscheiden gut hier gehen noch zehn mehr hier gehen noch 50 mehr hier ist es eher das 100er schild das kommt ist auch oft irgendwie eine referenz und ganz selten hat man mal das 50er und irgendwie sind dann schon so relativ viele möglichkeiten erstmal weg für mich was man falsch machen kann und das herantasten wie schnell man jetzt um die kurve rum muss wo genau in einer kurve der apex hin muss das erschließt sich einfach durch die erfahrung relativ schnell also ich glaube vielleicht bin ich vielleicht habe ich jetzt schon 100 runden zusammen in kota ich könnte im spiel nachgucken aber ich glaube dauert ein bisschen ich glaube ich habe schon 150 gut ich bin noch nicht mal ansatzweise nah dran schön gut also ich bin jetzt in der woche nach dem training also du hast ja auch schon ein ganz ganz kleines bisschen als zuschauer drüber gesehen bin ich von 271 runter auf 61 also 261 du bist aber immer noch fast zwei sekunden schneller und da haben wir uns gedacht weil das popometer ist relativ neu und ich mir gedacht habe warum nicht mal den erfinder danach fragen und euch das erklären was das popometer eigentlich ist und was mit was man damit anstellen kann und habe jetzt über die woche meine runde zeit gestellt wir haben nils seine zeit und nils erklärt uns jetzt was wir mit den sachen die wir auf dem bildschirm sehen anfangen können okay dann versuche ich das mal also jetzt sind wir haben eine schöne übersicht hier gerade über die ganze runde und da gucke ich immer als erstes mal auf diesen delta balken der jetzt ganz oben zu sehen ist ja und da sind insbesondere die stellen wo es sozusagen wo der wo der nach oben schnellt das sind irgendwie wichtige elemente also irgendwas sieht man in kurve 1 aber ich glaube man sieht es zum beispiel gar nicht so sehr in der bremszone in kurve 1 sondern sieht für mich so aus als würde die zeit nach oben gehen ja eher ab mitte oder oder ausgang der kurve ja und ich suche jetzt erstmal wo sind denn so die groben stellen wo man hingucken muss wo sind die großen sprünge wo verlierst du am meisten zeit dass wir es gibt in jeder kurve ein bisschen aber es gibt eben kurven die die besser sind und kurven ein bisschen schlechter sind oder sowas ja und manchmal kann man da jetzt sofort ein muster sehen ist jetzt hier ein bisschen schwierig weil es echt viele kurven sind und so ganz klassisches ding ist auch die leute verlieren oder egal mit wem ich eigentlich vergleiche in sagen wir mal 90 prozent der fälle verlieren die leute am irgendwo an einem kurvenausgang die zeit genau ich werde mal nur so ein paar grundsätzliche sachen los wir verbringen ja beim autorenn fahren die meiste zeit auf der geraden und das ist dann auch die wichtigste stelle wo man schnell sein muss und daraus erschließt sich dann auch ganz schnell dieses typische ding ja man muss schnell aus der kurve raus was intuitiv völlig klar ist aber wenn man sich noch mal bedenkt dass wir halt 30 40 sekunden der runde nur vollgas fahren ohne irgendwie eigentlich herausgefordert zu sein das kann man sozusagen noch besser vorbereiten und das ist sozusagen das was ich da jetzt in kurve eins mir erstmal angucken würde warum verlierst du gerade am exit zeit ja dann würde ich jetzt quasi diese funktion nutzen erstmal oben diese diese vor auswahl genau wir haben jetzt auch diese neue markierung dass man sieht wohin springt oh das ist eine sehr schöne neue änderung ja wir haben noch ganz viel ganz viel kommt noch okay das ist schon mal gut kleinigkeiten hier und da so ich drücke jetzt mal drauf genau dann machen wir das mal so wunderbar jetzt würde ich dich noch bitten auf der track map noch mal weiter rein zu zoomen auf die erste kurve weil da springt da sozusagen noch nicht so schön und vielleicht machst du bei einer linie auch noch oben diesen toggle opacity genau das war eine runde sehen die ein bisschen bisschen transparenter ist das ist jetzt meine die sozusagen weiter außen ist genau das erste was wir da sehen können ist dass ich irgendwie eine ganze weile vor der kurve eigentlich noch weiter außen bin und das wird daran liegen dass ich beim bremsen erst mal voll auf den kerb drauf rausfahre ja nur meine meine linken reifen quasi noch auf der strecke sind ja und dann habe ich natürlich wenn ich in die kurve irgendwann einbiege habe ich schon mal ein meter extra ja den ich von weiter außen komme also die position des autos ist so ein kleines bisschen anders das ist jetzt alles nicht dramatisch aber es wird so ein meter vielleicht sind es anderthalb sein oder so und die merkte am exit wenn jetzt kurz an den kurvenausgang guckst wo du dann ganz weit auf den kerb rauskommst siehst du wie ich es einfacher habe innen zu bleiben ein stück und je schneller ich das auto gerade habe desto einfacher ist es für die reifen auch die leistung in den boden zu kriegen das und da der kurvenausgang ist jetzt wieder nur eine folge davon dass ich eben von weiter außen schon mal eingelenkt habe und das ist dieser klassische fall von wenn jemand sagt man muss die ganze strecke nutzen die frage ist eben nur bis wohin geht die ganze strecke und es ist eben häufig nicht nur der asphalt sondern eben auch noch alles was das spieler eben erlaubt ja weil sonst würde ich sagen sieht deine linie da okay aus wo das auto bis nach innen geht wo du am nächsten innen an dem kerb dran bist das scheint von der position des autos alles richtig zu sein kommst du nur nicht von ganz so weit außen und dadurch ergibt sich glaube ich automatisch auch so ein problem ja ich komme halt von weiter außen kann die rotation früher anfangen habe ein bisschen mehr an jedem zeitpunkt in der kurve das auto show gedreht dass das ein zwei grad sein mehr ist es meistens nicht aber die kommen dann am kurvenausgang halt erst zum tragen wo die position des autos besser ist das zweite was ich hier sehen würde ist und da geht doch mal mit dem cursor in dem grafen an die stelle wo deine geschwindigkeit minimal ist in der kurve hier unten ja genau so und jetzt kann man da sehen das was sehen wir denn eigentlich du bist farbe so du hast also ein bisschen weniger minimum speed und mein minimum speed in der kurve ist ein bisschen höher das ist sozusagen jetzt die zweite folge davon dass ich von ein bisschen weiter außen in die kurve reinkomme da fängt es dann nämlich an mein mein zeitgewinnen sozusagen ja so und jetzt gibt es noch ungefähr pro kurve dass man jetzt nicht alles im einzelnen durch ja ungefähr so fünf 15 16 sachen die ich mir so angucken kann um um dinge zu vergleichen zwischen zwei fahrern ja da ist das erste wo fangen wir an zu bremsen also kannst du auch mit dem cursor kurz hinspringen wo die brems genau siehst du dass die schwarze linie von mir das hat man ja letztes mal auch schon gesehen dass ich ein bisschen früher anfangen mit dem bremsen da habe ich sogar eine frage zu kann ich kann ich zwischen fragen oder oder ich will den gedanken ja ich will den gedanken nicht unterbrechen kann das sein dass du früher bremst weil das auf dem curb du nicht ganz volle bremsleistung hast wie auf dem asphalt also ich glaube es liegt eher daran dass ich hinten raus in der bremszone mehr luft haben möchte mit dem reifen was anderes zu machen als geschwindigkeit loszuwerden ja okay also dass das früher früher bremsen führt am ende nämlich dazu dass ich auch früher aus der bremse rausgehen kann sie ist ja ungefähr mitte der bremszone oder so wo mein bremsbalken schon runter kommt ja und in dem moment wo ich von der bremse so leicht runter gehe gebe ich sozusagen an der vorderachse grip frei und kann den für die lenkung benutzen und das auto ist dann viel williger diesen lenkbefehl den ich gebe tatsächlich auch umzusetzen das auto in die kurve zu bringen ja also muss ich das so ein bisschen so vorstellen als gäbe es also es gibt 100 prozent grip zur verfügung und du musst aufteilen wie du den nutzt entweder eben für also wir stellen uns diese 100 prozent nur vor ja das ist jetzt nicht so dass man entweder nur bremsen oder nur lenken kann oder so das ist übertrieben aber wenn du jetzt 100 prozent eben bremst dann sagen wir mal ist deine absicht dass du alles was an grip zur verfügung steht irgendwie zum verzögern des autos nutzen möchtest und wenn du jetzt längst passiert in der regel nichts ja und an der stelle wo ich mich entscheide ein denken zu wollen da gehe ich natürlich von der bremse runter um diesen grip irgendwie freizugeben das ist die idee hinter diesem ganzen trail braking immer wenn man lenken möchte kann man halt nicht mehr so viel bremsen quasi genau so so und jetzt kommt bei so eine quota spezialgeschichte hier hinzu jetzt muss ich gestehen wir haben es noch nicht geschafft die streckenkarte mit 3d profil zu bauen ja aber das weiß ja sicherlich da beim kurz vorm einlenken quasi da macht die strecke so ein komischen ziemlich großen holpaar ja hier wurde ja ich würde sogar sagen noch vorher es gibt also da sind so ein paar holpaar mitte der kurve so kleine bams aber davor ist noch so eine große welle irgendwie drin ja so ein loch ich nenne das immer gerne loch ja und ich habe das gefühl wenn ich voll auf der bremse stehe dann ist die nase so ein bisschen weiter eingetaucht und der fährt mit dem splitter voll in den boden ja dann verliert man so ein bisschen die kontrolle und auch deswegen fängt bei mir das trail braking und vorher an dann kommt die nase nämlich so ein bisschen hoch und dann haut mich dieser bump nicht so aus der kurve oder zumindest nicht jedes mal oder seltener oder ich war kann konstanter damit umgehen und ich könnte mir vorstellen dass wenn man immer gezwungen ist voll auf der bremse zu stehen weil man so spät bremst du hast ja keine andere wahl wenn du aufhörst zu bremsen fährst dran vorbei deswegen kann ich mir vorstellen dass ich ich bremse ein bisschen früher um an dieser stelle da nicht in den boden zu fahren aber kontrolle also volle kontrolle über das auto zu behalten und immer bestimmen zu können wo ich sein möchte darum ist es eben manchmal besser ein bisschen früher zu bremsen dafür kontrolle zu haben und das auto jedes mal gut platzieren zu können und so würde ich sagen kommt dann am ende dabei raus dass ich aus der kurve konstante antik schneller rauskomme mehr tempo mitnehme für die nächsten was ich 10 15 sekunden bis man wieder langsamer wird ja so würde ich kurve eins mir mal angucken quasi das ist schon sehr sehr aufschlussreich also gerade also dadurch dass du ja schon viel mehr solcher grafen sage ich jetzt mal gesehen hast kannst du dir wahrscheinlich bildlich schon vorstellen was da eigentlich passiert auf gasbremse so ja klar das ist also genau ich habe ich habe jetzt ich glaube 120 coachings oder so habe ich glaube ich schon gemacht seit ich das angefangen habe und der man erzählt er zählte auch oft die gleichen dinge also wenn das das jetzt jemand das ist das typische man sagt ich muss irgendwie schneller fahren und wo kann ich einen unterschied machen aha in den kurven also bremse ich jetzt noch später das ganz typisches muster und ist auch intuitiv ja eigentlich richtig aber wenn man sich mal zurücksetzt oder beziehungsweise mit einem vergleicht an der stelle der schneller ist kann eben auch mal rauskommt okay vielleicht übertreibe ich hier irgendwie schon und die zeit lässt sich anders holen als den bremspunkt noch irgendwie einen halben meter nach vorne zu verschieben ich hätte beispielsweise ich habe zwei also ich habe zwei passagen wo ich wirklich unglaublich große schwierigkeiten habe und ich würde gerne mal einfach nur von dir hören was du da drinnen siehst ja du meinst drei bis sieben ja ich meine ich meine drei bis sieben genau die meine ich also das ist hier hinten und dann aber auch das andere stück äh von ja 18 18 18 ja ja weil ja okay dann machen wir das so mein auto ist nur am rutschen also es ist ja also es ist wirklich sehr schwer okay ähm drei bis sieben ich glaube wir müssen ein stück auf der streckenkarte noch ein stück zurück wahrscheinlich ein bisschen mehr raus so mehr her ja das ist okay ähm so jetzt gucken wir mal am kurven also auch hier am eingang was tut sich da eigentlich okay erst mal sehen wir ich komme sorry alles gut ich komme mit ein bisschen mehr Tempo an das ist noch nach wehen der ersten kurve das ist ähm interessant dass sich das so lange zieht ja ne ich einmal zwei drei kmh mehr habe die sind schwer aufzurüllen wenn wir beide vollgas fahren ja ähm so und jetzt kommt diese so und jetzt so wie gehe ich das jetzt an das ist glaube ich die die längste zusammenhängende kurve kombination mit ausnahme von suzuka im ganzen spiel ja da sind die asses ja auch so so lange und ähm bei so zusammenhängenden kurven hilft es manchmal wenn man vom ende der sektionen her denkt und überlegt was will ich da eigentlich erreichen und der entscheidende gedanke hier ist glaube ich zu sagen ähnlich wie ich das eben schon mal meinte wie wichtig die exits sind wie lange man am ende auf der geraden verbringt und wo eigentlich die zeit liegt dass man diesen finalen exit den möglichst gut hinbekommt und dann sich die kurve davor anguckt und sagt wie müsste ich hier eigentlich fahren um in der letzten kurve gut positioniert zu sein und dann guckt man sich die davor an und sagt okay muss ich hier irgendwie eng bleiben am ende damit ich für die nächste schön weit ausholen kann und da kommt dann raus okay muss ich für die kurve davor auch einen anderen kompromiss machen langsamer fahren irgendwie das auto anders vorbereiten und so geht man dann drei vier fünf kurven zurück und das führt am ende dann dazu dass ich hier am eingang der sektion sage ich tippe mal kurz die bremse an ja ja um so ein bisschen tempo rauszunehmen und kontrolle zu haben wo platziere ich jetzt eigentlich das auto in den nächsten drei vier fünf kurven ja weil wenn du jetzt einmal zu schnell drinne bist dann bist du nach der ersten out of position dann musst du in der zweiten korrigieren bist vermutlich out of position und dann ist es in der dritten hast du es vielleicht wieder korrigiert aber nur mit dem nachteil dass du irgendwo deutlich tempo rausnehmen musstest oder so ja und dadurch kommt es sicherlich auch zustande dass jede runde so ein bisschen anders ist das ist bei mir ja auch so nur dass der unterschied zwischen den runden nicht so groß ist weil ich nicht so viel nach korrigieren muss oder so ähm genau so und mit der idee versuche ich also diese sektion zu fahren und vor allem eben ähm diese wichtigen stellen hervorzuheben und wenn wir jetzt gucken wo ich die ganze zeit gewinne dann siehst du ja in die sektion rein gewinnst du sogar ein bisschen was zurück da ist erst der der links knick der rechts knick da passiert auch noch nichts aber dann kommt diese genau diese ganz lange rechts und da muss ich also schon irgendwie so viel mehr so viel gut vorbereitet haben dass ich dir da plötzlich anderthalb Zehntel durch diesen rechts knick wegnehmen kann das heißt wenn wir jetzt mal reinzoomen würden an den Eingang von dieser langen Doppelrechts da müssten wir eigentlich an der Fahrzeugposition irgendwie wieder einen Unterschied ausmachen können und sehr gut ähm ja jetzt mal da schauen mit der Unsicht ich glaube man muss sogar noch näher dann kriegen wir es vielleicht sogar hin dann siehst du dass die unsichtbare Linie auf jeden Fall wieder so eine halbe Fahrzeugbreite oder ein bisschen mehr sogar noch nach links ist ja oder so und das andere ist was wir sehen ähm ich mal grad schauen das ist ja auf jeden Fall an der richtigen Stelle jetzt hier schauen wo ich da auf die Bremse gehe und wo du noch auf dem Gas vollstehst ein Stück vor ein Stück vor da im Chart ja 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 hier da bist du jetzt nämlich noch voll drauf ähm und ich nehme mich schon runter und positioniere so ein bisschen ähm das ist in der Sektion halt total schwierig weil das von davor eben auch alles damit ähm zusammenhängt der wie erkläre ich das hier wäre auch nicht ewig ähm kurz zu prägnant du fährst kacke nein das stimmt ja überhaupt nicht naja ist gut ja na klar aber ich meine du siehst ja auch dass es im Grunde ein ganz kleiner Unterschied ist der am Ende total viel ausmacht absolut ja ähm so jetzt kann ich glaube an der Stelle nehme ich jetzt noch mal einen zweiten wichtigen Punkt in speziell ACC mit rein ähm das haben wir hier noch nicht visualisiert ich muss mir mal überlegen wie wir das tatsächlich noch machen ein ganz entscheidendes Teil im Auto ist das Differenzial das ist unsichtbar man sieht nicht so richtig was es tut es spricht nicht mit allem aber man äh merkt es wenn man einmal weiß worauf man achten muss was das Differenzial macht ist es zwingt die Hinterräder in bestimmten Situationen mit derselben Geschwindigkeit zu drehen also es baut da diese Sperre halt ein und die Hinterräder sind umso mehr gesperrt also gleiche Geschwindigkeit je mehr Gas man gibt das heißt wenn du Vollgas gibst drehen sich beide Hinterräder zwingend mit der gleichen Geschwindigkeit was bedeutet wenn du eine Kurve fährst und das innere Rad sich nicht langsamer dreht dann hat das äußere Rad auch keine Chance sich um das Innere herum zu drehen sprich das Auto untersteuert okay das ist jetzt ganz schwer du kannst jetzt nur mal in deinem Kopf suchen ob du da eine Erinnerung dran hast dass das Auto irgendwie nicht will wenn du Vollgas gibst ansonsten merkst du spätestens beim nächsten Mal fahren dass wenn du in der Stelle hier wenn du da Vollgas gibst dann drehst du am Lenkrad und es will einfach nicht rum das ist sozusagen das Gefühl von dem gesperrten Differenzial okay und das kann man also zum einen stört das wenn es an der falschen Stelle ist zum anderen kann man sich das an anderen Stellen natürlich auch zunutze machen wo man sagt so wenn es jetzt gesperrt wäre dann hätte ich ein richtig stabiles Auto zum Beispiel ähm das ist eine Sache die man eigentlich nur mit dem mit dem Gaspedal steuert und das Problem was du da jetzt hast du stehst an der Stelle noch voll drauf willst das Auto eigentlich positionieren dadurch dass das Differenzial gesperrt ist kriegst du aber die Möglichkeit sozusagen nicht so richtig und du fühlst dich so ein bisschen wie ein Passagier in deinem Auto und kriegst das nicht an die Stelle wo du eigentlich hin möchtest so und meine ganze Arbeit besteht jetzt quasi darin beim Fahren in eine Position zu kommen wo ich möglichst lange Vollgas sein kann um das Auto trotzdem zu positionieren und am Ende ist es wie gesagt nur diese Vorbereitung von den Kurven langsamer in die Sektion reinzufahren um etwas länger in die Sektion rein noch Möglichkeiten zu haben das Auto zu positionieren und dann kriege ich da diesen halben Meter oder lass es ein Meter sein oder so und der gibt mir dann zusätzlich die Möglichkeit dass ich nicht innerhalb eines Lastwechsels bremsen muss du bist jetzt ja so spät noch nach links lenken in die Kurve wo es eigentlich schon fast nach rechts geht dass du im nächsten Moment sofort nach rechts lenken musst und dann in die Bredouille kommst gleichzeitig die Bremse betätigen zu müssen und das führt dann dazu dass die ganze Masse des Autos das lehnt sich erst alles auf die rechten Räder während wir die Linkskurve fahren und dann lenkst du scharf nach rechts um die nächste Kurve zu fahren und tippst gleichzeitig auf die Bremse das heißt die Masse kippt nicht nur nach links rüber auf die andere Seite sondern gleichzeitig nach vorne und das fühlt sich dann beim Fahren so ein bisschen an als würde man dem Auto ein Bein stellen und das Heck kommt sofort los okay ja ich verstehe ja also ich weiß nicht du musst immer mal sagen ob du so so Wahrnehmung die ich versuche zu beschreiben auch schon mal irgendwie hattest ja das heißt beim Umsetzen jetzt Bremse ha lieber nicht ja doch das kenne ich sehr gut mit Mittelmotor auf jeden Fall genau so und da ist jetzt bei mir ins Fahren eingebaut diese Überlegung das Auto braucht ein bisschen Zeit für diesen Lastwechsel deswegen möchte ich das Bremsen was ich da mache nach Möglichkeiten mit neutraler Lenkung erledigen das heißt wenn du mal links etwas runterscrollst in den Charts dass wir die Lenkung sehen dann müsste man sehen dass ich ungefähr neutral naja naja nicht so ganz aber beim das Umsetzen findet ja quasi da statt wo jetzt die Lenkungslinie von über der schwarzen Linie zu unter der schwarzen geht ja das ist das Umsetzen dann siehst du dass ich danach die Bremse antippe nach dem Umsetzen naja so nach ist es auch nicht aber es ist parallel und es ist aber auch relativ vorsichtig und dann siehst du auch gleich in meiner Lenkbewegung dass ich schon so ein bisschen wieder öffne und gegenlenken muss wenn du da mal so ein Zentimeter weiter gehst siehst du diesen Zacken da drin wo ich sofort auf dieses lose werden des Autos genau da das lose werden des Autos reagiere durch diesen Bremsinput weil ich ihm quasi ein Bein stelle und dieses Bein stellen das muss man irgendwie vorsichtig machen aber man muss es tun ja also das geht nur darum wir fahren am Ende ja doch 1,2,3 Tonnen hier durch die Gegend oder so und das Benzin schwappt noch ein bisschen im Tank und das braucht seine Zeit bis das sich in die Federn legt in die Anti-Rollbars legt in die Dämpfer legt und so da vergeht einfach Zeit und diese Zeit muss man dem Auto geben man kann das halt nicht wie ein Formel 1 Auto fahren was mit 3 Tonnen Downforster ist den kannst du hin und her feuern wie du willst der ist immer stabil so ein GT3 da bewegt sich einfach noch ein bisschen mehr und diese Zeit ja das sind ein, zwei Zehntel oder so die das Auto extra braucht die muss man ihm einfach einräumen ehe man wieder das nächste verlangt sozusagen das ist jetzt irgendwie so ein bisschen mehr philosophisch als genau zu gehen du machst das falsch und das falsch aber ich glaube an vielen Stellen ist einfach auch Perspektive es ist sinnvoll die Perspektive mal zu wechseln was passiert da eigentlich mit dem Auto ohne dass jetzt die einzelnen Inputs so entscheidend sind naja um das zu verstehen damit also die das Auto will ja über diese Art von Rückmeldung mit dir kommunizieren und wenn du die Sprache nicht sprichst so erkläre ich mir das immer kannst du ja nicht verstehen was du zurückgeben sollst ja also so erkläre ich mir das dann ja es ist das eine was tut das Auto das teilt es einem dann halt in der SIM über das Lenkrad mit visuell mit vielleicht noch akustisch mit ja genau und das das Schwierige ist halt immer nur diese ganzen Zusammenhänge zu spüren in in verschiedenen Situationen wenn man ganz langsam fährt spielt Aerodynamik irgendwie keine Rolle dann kann man andere Sachen mit dem Auto machen als wenn man gerade sehr schnell fährt und Aerodynamik eine große Rolle spielt weil dann verhält sich das Auto grundsätzlich anders weil plötzlich ganz andere Kräfte am Werk sind und hier sind wir ja nun was fahren wir da 150-60 das ist auf jeden Fall schon mal schwerer Downforce Bereich und da ist das Auto dann noch sehr sensitiv für alle Änderungen an Fahrwerkshöhe und wenn man in die Bremse geht geht die Nase ein bisschen runter das Heck kommt ein bisschen hoch und die ganze Aerobalance des Autos ändert sich plötzlich und deswegen ist das Hexelose wenn man das dagegen in weiß ich in einer Schikane macht die wo man 60-70 fährt oder so dann gibt es diesen Effekt einfach nicht und ich glaube das ist so ein Punkt der häufig schwierig ist gerade für Anfänger zu verstehen dass man tatsächlich ein anderes Auto fährt wenn man unter 100 ist und wenn man über 100 ist ja also ich meine so eine Grenze kann man da nicht einziehen das ist ja alles irgendwie fließend und teilweise auch exponentiell wenn man bei 270 sowas macht wird es ganz schlimm ich glaube der der Ares erzählt immer so ein Beispiel als sie das Spiel programmiert haben und immer mit Ingenieuren und Rennfahrern gesprochen haben wie verhalten sich Autos und versucht haben das Gefühl ins Spiel zu übertragen da waren sie glaube ich in Paul Ricard und da hat der eine Teamchef den hat ihm gesagt wir sagen den den Amateurfahrern die hier mitfahren gibt es ja im echten Rennsport wenn ihr auf diese schnelle rechts nach der langen geraden zufahrt dann bremst ihr vorher dann geht ihr zurück aufs Gas und dann fahrt ihr durch die Kurve sonst sterbt ihr und wenn da einer gegrinst hat haben sie ihn nicht ins Auto gelassen oh ja weil das ist so übel einfach wenn du halt in diese Kurve reinfährst mit 250 oder 30 oder 40 oder so und tippst die Bremse an dann kommt einfach das Heck und du drehst dich um so sensitiv sind die Autos da ja absolut ich kenne das ja genau und wenn du es halt bei 30 machst ist es halt völlig egal da gibt es diesen Effekt nicht aber das ist so der unter so ein wesentlicher Unterschied irgendwie ja so jetzt waren wir hier gar nicht mehr so richtig bei dem Chart alles gut nicht schlimm das ist nebenwissen das gehört auch dazu genau so und jetzt können wir aber auch sehen wenn man sozusagen Chart und Linie miteinander sich anguckt dass meine Geschwindigkeit in dieser langen Rechtskurve jetzt deutlich niedriger ist als deine wenn du mal mit dem Cursor wieder an den tiefsten Punkt gehst genau da haben wir fast da bist du am tiefsten aber bin ich schon wieder am beschleunigen geh mal ein Stück zuvor oder so da haben wir schon Unterschiede von 7, 8 ah ok 4, 5 ok also und das Auto kann mit 5 kmh weniger kann ich einfach eine viel engere Linie fahren das heißt ich kriege den jetzt ein bisschen besser hier für den den zweiten Knick da rumgezirkelt und im Zweifel wenn es mir nicht reicht das was ich dann mache ist so ein bisschen da ja aggressiv ist auch übertrieben aber ich spiele mit dem Gas um zu gucken ob ich das Heck irgendwie rumgezirkelt kriege dann kann ich danach nochmal so einen leicht engeren Bogen fahren und das geht umso besser je mehr Gas man gibt aber vielleicht verliert man auch da muss man so ein bisschen testen das würde ich sagen ist jetzt aber hier nicht das Wesentliche das Wichtige ist diesen Kompromiss vorher richtig schon zu denken zu sagen dass ich um diese Ecke möchte ich gar nicht so schnell rum weil ich möchte unbedingt innen bleiben oder eben rechts oder wie auch immer oder unten je nachdem von wo man jetzt da drauf guckt und dann siehst du jetzt nach dieser Kurve da sehen wir dann da kommt der volle Unterschied sozusagen zum Tragen wo ich dann von hier locker meine Fahrzeugbreite weiter von außen einlenke in die nächste ja und das habe ich die ganze Woche versucht oder ich habe es nicht hingekriegt ich habe diese Kurve nicht hingekriegt ja es ist diesen Kompromiss richtig zu planen wann komme ich sozusagen wieder zurück nach innen wo ist meine wo ist mein Punkt auf der Strecke den ich mir versuche immer anzupeilen oder so und ab wo traue ich mich wieder Gas zu geben und hier ist es also hier ist es wirklich einfach extrem wichtig von außen zu kommen weil es ist so knapp hier mit der Geschwindigkeit und mit dem holprigen Curb da auf der Innenseite wenn die Position hier nicht stimmt dann gehst du jetzt in der nächsten Kurve vermutlich weit kannst du ja mal ein bisschen weiter gehen das machen wir auf jeden Fall genau weiter als du und dann ist halt die nächste das gleiche Problem dass du wieder nicht gerade vielleicht bremsen kannst oder so spät und dann kommt hier wiederholt sich das Prinzip ja bloß noch mal nur dass die Kurve noch mal langsamer ist und hier dann das gleiche Prinzip langsamer in dieser Doppelrechts oder Langrechts wie auch immer zu sein um diesen Exit zu öffnen und dieser Exit ist so entscheidend jetzt kannst du ja noch mal oben in der Vorauswahl auf diese 8, 9, 10 Kurve drücken dass wir die noch mal in den Daten auch haben und dann siehst du hier wo ich dieses ganze Tempo und wo ich den Großteil der Zeit herhole aus diesem Sektor das ist einmal der Ausgang hier davor nur dieses kleine Stück nur weil die ganze Vorbereitung anders ist kommt jetzt dieses kleine Stück wo ich dir irgendwie die Zehntel anderthalb abnehme und jetzt die Vorbereitung in der nächsten ja jetzt ist die Vorbereitung halt noch mal irgendwie so ein Tick anders noch mal den Kompromiss ein bisschen drastischer fahren und plötzlich ist diese Linkskurve da total offen und ich habe viel mehr Möglichkeiten da Tempo mitzunehmen und das ist auch eine Kurve jetzt komme ich noch mal zu diesem Differenzialthema zurück wo man sich das wirklich zunutze machen kann fast oder Vollgas zu fahren weil dann die Hinterräder zusammen gesperrt sind und beide mit demselben oder gezwungen sind beide mit derselben Geschwindigkeit zu drehen das Auto dadurch relativ stabil ist das einzige was passieren kann ist dass man das Timing nicht richtig hinbekommen hat und dann doch noch mal ein bisschen mehr Rotation braucht und das sind diese Lupfer die man da bei mir drinnen sieht weil man könnte also ich müsste jetzt irgendwo nachsehen das ist je Auto verschieden und je Preload Setting im Setup verschieden dann würdest du aber sehen ab sagen wir mal 50% Gas oder so sieht man dass das Differenzial aufgeht und es könnte jetzt sein dass du mit deinen kleineren Lupfern da weil du sagst boah ich will ja beschleunigen ich trau mich nicht vom Gas runter dass bei dir das Differenzial nicht aufgeht und das Auto rot deswegen damit kurz die Willigkeit im Auto quasi kommt doch noch mal zu rotieren okay ja das wie gesagt das müssen wir noch einbinden ich glaube dann sieht man das noch mal deutlicher wie der Zusammenhang von dem dem Gaspedal und dem der Menge der Sperre sozusagen ist das kann man dann da noch mal sehr gut sehen ja also das ich glaube ab jetzt sozusagen mitzudenken was macht das Gaspedal mit der Sperre und weil es im Chat gerade noch mal gefragt ist sage ich es auch noch mal das Differenzial ähm sorgt dafür wie viel es den Hinterrädern erlaubt wird sich unterschiedlich voneinander zu drehen und je mehr Gas man gibt desto weniger erlaubt das Differenzial den Hinterrädern sich unterschiedlich voneinander zu drehen das sieht man dann wirklich in den Daten dass wenn man Vollgas gibt dann drehen sich halt beide exakt mit 213,148 kmh so und das ist so ein bisschen das Ding hier ähm dieser 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 wenn man dieser über diesen letzten inneren Curb da huppelt ähm da will man einfach nur im Hinterkopf haben welche Optionen habe ich noch und da hat man eben das Differenzial dass man durch das Lupfen bearbeiten kann darum geht es eigentlich geht gar nicht so viel um die Geschwindigkeit des Autos da du siehst ja du bist ja langsamer durch die Kurve und denkst trotzdem du musst lupfen weil du irgendwie nicht rumkommst das liegt aber eher am Differenzial als an der Geschwindigkeit an der Stelle du bist auch ein richtiger Fuchs ne aber deswegen bist du auch so schnell ich hab das aber ich muss auch sagen ich hab das ja auch alles erst gelernt als ich es mir angeguckt habe ich meine die Telemetrie guck ich mir nicht seit 20 Jahren an sondern vielleicht seit zwei oder drei und das das Fahren hat auch vorher schon geklappt aber jetzt kann man es irgendwie noch erklären was da so passiert dann kann ich mir glaube ich alleine erklären warum die Doppelrechts bei dir so anders aussieht warte mal was ist das ja das ah ja jetzt weil du an der Stelle also zumindest bei mir wenn ich diese Kurve fahre rutscht mir immer das Auto weg also es dreht sich immer raus grundsätzlich ich hab mir jetzt mittlerweile angewöhnt einfach einen Gang zu überspringen also du machst das glaube ich im ersten ja guck mal du fährst hier alles im ersten ne du fährst alles im zweiten oh du Lümmel ah weil ich geh immer im ersten rein und hab mich immer gegründet warum kann der denn so früh auf dem Gas schon stehen und dann kommt immer die Traktionskontrolle und sagt immer nö 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 oh ich würde aber sagen es fängt auch noch mal ein bisschen bisschen eher an ja okay vielleicht zoomen wir noch mal auf die Bremszone ein bisschen rein ja mach ich weil da noch siehst du da also das ist schon mal gut ne dass wir da jetzt in der Position des Autos ist ganz schwer einen Unterschied festzumachen würde ich sagen das ist sehr ähnlich und auch wo der erste Apex liegt also wo du am meisten innen bist das sieht auch schon mal sehr ähnlich aus und auch so das letzte bisschen Geschwindigkeit in die Kurve rein da nehmen wir uns auch nicht so viel ja aber auf der Bremse scheint es doch schon nochmal Unterschiede zu geben und ich gebe zu ich weiß ehrlich gesagt aus dem Kopf auch nicht wo da mein Bremspunkt ist weil häufig ist es in ACC ja so dass man genau da bremst wo der Asphalt dunkler wird ja wo der Gummiabrie ist aber in der Kurve stimmt es nicht sondern hier muss man noch ungefähr 7,8 Meter reinfahren und die sind natürlich schwer zu schätzen das Wichtige hier ist glaube ich dass man die ganze Zeit ja schon am Einlenken ist in die Kurve wenn du unten auf die Lenkung auf den Balken guckst der ist ja nie bei Null beim Bremsen noch ja also hier genau es ist immer schon Lenkwinkel was mich wieder zurück zur Kurve 1 bringt wo ich gesagt hatte man kann nur das eine oder das andere oder sagen wir mal eine sinnvolle Kombination von beidem ja und das ist jetzt hier nicht drastisch oder so aber du siehst dass du immer Lenkwinkel hast du verlangst vom Auto schon dass es rotiert und gehst dann aber erstmal voll in die Bremse ja und das könnte also sagen wir mal vermutlich führt das dazu dass das Auto erstmal ein bisschen über die Vorderachse schiebt und nicht so richtig einlenken will und dein Hirn sagt dir hm dann bin ich wohl zu schnell dabei ist es eigentlich nur so dass du dass die Kombination aus Bremsen und Lenken die Vorderräder überfährt und du deswegen so ein bisschen weiter rausrutscht als das bei dem Tempo eigentlich sein müsste und daraus erklärt sich für mich dann der Tempounterschied in die Kurve rein da sind es ja auch 5, 6, 7 kmh oder so ja vielleicht bis ne ähm die du das ist auch so eine ganz typische Geschichte wenn man zu wild oder zu viel möchte auf der Bremse und sagt so jetzt nehme ich hier ganz viel Tempo raus und alles ganz schnell und bin nochmal ähm richtig wütend mit dem Auto und zeige ihm jetzt mal wo es lang geht und sagt das Auto halt einfach nur ne mach mal nicht so geht das nicht ähm und dann merkst du okay er will nicht in die Kurve rein deine Schlussfolgerung intuitiv richtig ist zu sagen okay ich bin zu schnell deswegen muss ich noch langsamer werden und dann passt es aber eigentlich ist es nur dass du glaube ich da an der Bremse ein bisschen zu viel machen möchtest und er deswegen dir das Gefühl am Ende gibt zu schnell zu sein tatsächlich ist es aber nicht so sondern du hast einfach nicht genug übrig für die Lenkung weil du alles auf der Bremse benutzt an der Stelle ja das heißt das ist eine dieser Kurven wo man quasi nur Trailbraking hat oder immer Trailbraking hat ja dass immer Luft für die Lenkung da ist irgendwas zu tun ähm ja so und das andere ist dann dass das Auto im zweiten Gang einfach sich stabiler verhält in der Kurve aus mindestens mal zwei Gründen das eine ist im ersten Gang ist die Motorbremse natürlich schärfer weil die Drehzahl höher ist und der da nicht so gerne ist und das hat einfach viel Einfluss gleich auf die Geschwindigkeit und sobald du gerade beim Ferrari der hat so ein so einen extrem ansprechenden Motor da reichen 10% Gas dann gibt der aber schon 50% frei oder so ähm dass das Auto sehr nervös ist und man das gar nicht richtig dosieren kann und im zweiten Gang sind die ganzen Kräfte insgesamt ein bisschen geringer die Motorbremse fällt nicht so scharf aus ähm die Leistungsexplosion an der Hinterachse ist nicht so doll das fordert die Traktionskontrolle nicht so sehr und zusätzlich ähm kommt jetzt wieder das Differenzial ins Spiel zusätzlich sperrt das Differenzial nicht so aggressiv und sofort wie das im ersten Gang der Fall ist ja und deswegen kann ich da auch ein bisschen heftiger ins Gas gehen weil ich so ein ja einfach sag mal ein viel ruhigeres angenehmeres Auto an der Stelle habe krass deswegen also im Grunde ich könnte auch sagen nimm mal den zweiten Gang so aber das Verstehen ist ja auch immer das Ding sowas können wir noch sehen ich glaube das ist auch so ein Muster das sehe ich fast über alle Kurven hinweg das hatte ich noch gar nicht angesprochen ich lenke so einen Tick mehr ja ähm und da ist der Ferrari auch so ein sehr spezielles Auto der hat tendenziell eine Vorderachse die immer mehr kann als das Heck immer und wenn du sozusagen sagen wir mal auch nur ein halbes Prozent unter dem Limit der Vorderachse fährst dann hat das Auto immer noch die Möglichkeit auf irgendeinen zusätzlichen Input zu reagieren und sofort wird das Heck nervös ja das heißt was ich mache hier ist statt bei 99,5 Prozent der Vorderachse zu fahren fahre ich bei 100,5 Prozent also ich lenke so ein ich lenke bis dahin wo ich merke okay jetzt nimmt er nicht mehr und lenke dann nochmal zwei, drei Grad mehr in der Lenkung weil ich dann sicher weiß okay hier kommt von der Vorderachse nichts mehr die kann mich jetzt nicht mehr überraschen die wird immer die gleiche Menge an Grip irgendwie produzieren zumindest ja jetzt weit es geht wenn jetzt ein Bump kommt und so das hat alles nochmal Einfluss aber im Großen und Ganzen lenke ich einfach so ein Müh zu viel und es gibt dem Auto unglaublich Stabilität und Vorhersagbarkeit weil die Vorderachse jetzt einfach nicht aus dem Nichts nochmal zusätzlich Grip bekommen kann auf den das Heck wiederum reagieren müsste ja und das ich glaube im Englischen sagen wir dann Forced Understeer dazu aber du kannst auch sagen erzwungenes Untersteuern so ein ganz kleines bisschen aber nur das ist jetzt nicht dass deine Ellbogen sich berühren sollen in der Mitte sondern einfach nochmal bis zum Limit und dann fünf Grad extra oder so das können die Reifen alles ab und wir machen es ja auch nicht die ganze Runde aber das ist so eine Technik die man so ein bisschen bewusst einsetzen kann die Vorderachse ganz leicht zu überfahren damit das Heck stabil wird und dann ist die Kurve hier plötzlich ähm angenehmer zumindest und man hat wieder mehr Kontrolle wo du das Auto platzieren möchtest das ist gerade so mindblowing der Witz ist ich glaube selbst wenn man sich seine eigenen schnellen das werde ich auch nochmal machen also ich habe ja ein paar Strecken wo ich nicht weit weg bin von also euren Zeiten so eine also achthundertsel oder so nee achthetsel so eine langen Strecke muss man jetzt auch mal sagen sind anderthalb Sekunden jetzt natürlich auch nicht schlimm ja aber du weißt ja selber wie es ist man möchte dann immer also mein Credo ist immer ich versuche immer so an euren Zeiten so eine Sekunde mit der Zeit die ich da reinstecke also ich lebe ja bei weitem nicht so intensiv wie ihr das auch so eine Sekunde sage ich mir deswegen habe ich auch 255 gesagt aber das also das ist für mich gerade wirklich ich habe also ich verstehe grundsätzlich was ich dort sehe aber was du da alles noch drin siehst ist ja völlig abgespaced ja ne das das paart sich jetzt sozusagen mit meinen Fahrimpressionen die ich halt so habe was ich dabei so wahrnehme das ist natürlich schwer zu vermitteln aber wir haben auch da noch Pläne zumindest dass wir mit so Annotationen in den Charts dann arbeiten dass da so kleine Infosymbole sind und dann steht da ein bisschen was dazu worauf man so achten könnte zum Beispiel da fällt mir einiges ein was man da ranschreiben kann ach so dann kriegen die Leute quasi noch Tipps dazu dann so ist zumindest die Idee wir müssen mal schauen wie wie viel Muster man sozusagen zuverlässig erkennen kann um da auch sinnvolle Tipps zu geben oder ob wir das ein bisschen generischer machen müssen aber ich bin ich bin guter Dinge dass das dass das möglich ist und dann sollte das auch das ist ja das Ziel dass das einfach nochmal dass sich Charts angucken ist das eine das Lesen und Interpretieren und daraus dann die Schlüsse ziehen ist ein anderes das verstehe ich schon deswegen würde ich da diese also ich würde vielleicht so ein Tutorial mache ich auf jeden Fall noch auch auf der Website dass es nicht immer ein Video sein muss sondern dass das jeder an seinem Tempo irgendwie lesen kann mit Bildern und so und ich schreibe da auch nochmal rein diese 10, 15 Standardsachen die man eben überprüfen kann wie wie schnell geht jemand in die Bremse wie doll oder wie ist das das höchste Bremslevel in einer Kurve wie lange hält man das höchste Bremslevel wie schnell löst man die Bremse wo löst man am Ende die Bremse das waren jetzt schon 5, 6 Sachen aber die kann man mir quasi in jeder Kurve halt angucken und vergleichen also quasi immer das Niveau eines Inputs und die Geschwindigkeit die man zu einem Niveau von Input kommt diese zwei Sachen und das in alle Richtungen sozusagen das sehen wir dann in der nächsten Kurve in dieser ganz ekligen Herpin da die man auch die ganze Zeit während des Kurvefahrens anbremsen muss siehst du auch dass du da halt wieder einmal ganz doll in die Bremse gehst obwohl das Auto ja rotieren soll und in dem Moment überfährst du schon wieder die Vorderachse und verlierst sozusagen die Möglichkeit das Auto zu platzieren der reagiert jetzt nicht mehr auf Lenkung sondern da geht es nur geradeaus und da ist dann das Entscheidende eben kannst du dann eben meinen Daten sehen das ist ja auch bei weitem nicht perfekt mein Input da aber er ist immer so gering auf der Bremse dass ich in der Lenkung noch Spielraum habe und plötzlich fühlt sich diese Kurve völlig anders an wenn die Vorderachse nicht überfahren ist dann hat man nämlich plötzlich Kontrolle kann ich das Heck hier vielleicht so ein bisschen eindrehen und das geht natürlich nicht bei 100% Bremse sondern eben nur wenn man jetzt eben bei diesen 99,5% an der Vorderachse ist in Summe und da noch was übrig ist und dann kann man mal versuchen das siehst du nach unten dass ich mit der Lenkung ich zitter da so hin und her aber das ist dass ich die ganze Zeit versuche zu gucken was kann die Vorderachse denn gerade kann ich ihn platzieren oder kann ich ihn nicht platzieren und da denke ich ja nicht drüber nach beim Fahren aber im Grunde passiert das da dass meine Hände automatisch gucken na habe ich Vorderachse oder habe ich keine und dann warte ich bis zu dem Punkt wo ich einlenken möchte und weiß dann so jetzt habe ich es dreimal getestet jetzt wird sie doch wohl da sein was ich gerade sehr schön finde währenddessen du das erklärst dass du daran Spaß hast also ich weiß nicht ob du daran Spaß hast aber du vermittelst auf jeden Fall mir gerade mit so einem verschmitzten Lächeln nebenbei die Kamera ist nicht an aber ich grinse in der Tat aber nur weil ich schneller bin als du sonst würde ich heulen ja gut also so schnell die jetzt wie du das gibt mir noch zwei Jahre dann vielleicht aber da bist du schon wieder in einem anderen Sinn wahrscheinlich unterwegs vielleicht irgendwann werde ich mir noch mal ein Coaching-Buru bei dir oder so genau und jetzt können wir noch eine Sache können wir noch machen das geht jetzt in diese nächste Sektion da rein diese dreifach rechts mal gucken ob wir da noch was sehen also 18 bis 20 glaube ich ist das 18 bis 20 ja genau und da möchte jetzt vor allem den Lenkinput möchte ich einmal sehen ganz genau da kann man jetzt nämlich einen guten einen guten Unterschied glaube ich sehen ähm ja es ist gar nicht so sehr das Einlenken ich hätte erwartet dass es das Einlenken ist vielleicht aber ist es gar nicht ähm das ist jetzt so eine Kurve wo man was haben wir da 150 oder so 160 am Eingang Downforce spielt eine große Rolle aber wir können Vollgas reinfahren das hat dann wieder den Vorteil Differenzial ist gesperrt Auto ist stabil ne wenn du so in die Kurve reinfährst hast du Vertrauen weißt das Auto wird dich jetzt nicht überraschen oder so das kommt erst in dem Moment wo du vom Gas gehst ja weil dann das Differenzial aufgeht und plötzlich sagt das Auto ach so rotieren das möchte er also ne dann macht er das plötzlich deswegen siehst du auch bei dir der rote Balken da geht sofort macht die Lenkung auf ne du gehst vom Gas runter musst die Lenkung aufmachen weil das Differenzial aufgemacht hat und die Hinterräder sich unabhängig voneinander drehen dürfen und plötzlich geht es in die Kurve und denkst du nanu warum denn und wird nochmal verstärkt von dem Effekt dass wenn du vom Gas gehst ein bisschen Motor bremse Nase kommt ein bisschen zum Boden Heck ein bisschen hoch Downforce Balance ändert sich verschiebt sich nach vorne Auto wird nervös und da siehst du jetzt bei mir dass ich wieder das gleiche mache wie vorher schon mal nur jetzt wirkt es ein bisschen mehr ich lenke erstmal viel mehr ich gehe zum Limit der Vorderachse und einen Tick drüber aber wirklich nur einen Tick weil einer schrieb da kriegt man noch Graining von stimmt wenn man es übertreibt also wenn ich statt den 50 die ich brauche 90 Grad lenke klar dann schrub ich die Vorderräder kaputt aber wenn ich 55 statt 50 Grad lenke dann bin ich in einem Bereich wo der Reifen das auf jeden Fall ein bisschen ab kann und das zweite ist was du siehst und deswegen habe ich gesagt man soll sich von allen Inputs angucken wo gehen sie runter und hoch wie schnell gehen sie runter und hoch und bis zu welchem Niveau gehen sie runter und hoch und jetzt kannst du bei mir halt sehen ich gehe sozusagen zweistufig aus dem Gas raus und dann tippe ich sogar noch ein bisschen an oder ist die Bremse an der Stelle schon das Bremsen aber das aus dem Gas rausgehen das ist das Entscheidende ich gehe raus aber nur bis auf 10% runter oder so weil ich möchte diesen Effekt wie schnell und aggressiv das Differenzial aufmacht wie schnell das Auto anfängt zu rotieren wie schnell die Aerobalance sich ändert oder wie drastisch sie sich ändert das möchte ich so ein bisschen ähm sag ich mir denn muten auf Deutsch dämpfen dämpfen genau ja dämpfen das möchte ich so ein bisschen dämpfen das mache ich indem ich sanfter aus dem Gas rausgehe und dann merkt man auch irgendwann tatsächlich diesen Punkt wo das Differenzial anfängt aufzumachen da merkst du es dann richtig bei 45-50% Gas oder so merkst du oh jetzt geht es plötzlich rum warum ja weil das Differenzial dann nicht mehr genug Kraft abbekommt und die Hinterräder nicht mehr zusammensperrt und plötzlich geht es um die Kurve ähm und ich kontrolliere sozusagen nur all diese Effekte einfach nur indem ich beim Gaspedal nicht so ähm äckig quasi bin ja und dadurch gewinnt man wieder Kontrolle wo das Auto hin soll und zusätzlich durch meinen hohen Lenkwinkel weiß ich auch durch die gesamte Kurve das ist was die Vorderachse kann um die brauche ich mich nicht mehr zu kümmern zumindest nicht mit der Lenkung wenn es jetzt um die Kurve nicht passt kann ich an der Lenkung nichts mehr nachkorrigieren die ist voll ausgenutzt das einzige was mir zur Verfügung steht in der Kurve dann ist Geschwindigkeit verändern ja und deswegen vom Gas dann runter leicht auf die Bremse tippen 1-2 kmh rausnehmen gucken was die Vorderachse macht ob sie wieder Grip findet und so muss ich nicht mit mehreren Dingen gleichzeitig arbeiten sondern ich nehme die Lenkung quasi als Faktor aus der Kurve raus weil ich das maximiert habe mehr ist dann nicht zu haben das weiß ich dann dann kann ich das auch einhändig fahren und ich habe dann nur noch mein Gaspedal und die Bremse wo ich ganz feine Korrekturen mache also man braucht immer nur ganz wenig bisschen Bremse bisschen Gas und man hat sofort einen Effekt und damit kann man dann glaube ich gezielter spielen als wenn man Gas, Bremse verschiedene Lenkniveaus noch miteinander abstimmen muss weil dann hat man einfach zu viel zu tun zu viele Effekte auf einmal und man kann das gar nicht mehr auseinander sortieren was jetzt eigentlich zu was geführt hat so und jetzt haben wir uns das 40 Minuten von dir angehört und zwar hoffentlich nicht langweilig es war absolut nicht langweilig aber ich will schon seit 10 Minuten nicht fragen wo können die Leute sich das denn holen und was erwartet sie da ja du hast ja netterweise schon ein Command eingerichtet hier aus Rufezeichen Popometer genau also es gibt dann die Website popometer.io und also im Moment machen wir es einfach pro Paket man kauft sich ein Paket das ist dann für eine Strecke ein Auto sind ein oder mehrere Setups drin das hängt davon ab was die Creator die wir haben also Creator aka Profis auf der Website was die da jeweils reingepackt haben ich sage ihnen je mehr ihr reinpackt desto eher kaufens die Leute also gibt es bei den meisten mindestens mal ein Quali und ein Rennsetup und wenn man sich dieses deswegen sagen wir auch Datenpaket kauft gibt es zu den Setups eben immer Zugang zu dieser einen oder sogar noch der zweiten Runde und dann kann man sagen gut ich möchte eine Quali-Runde vergleichen dann guckt man sich die an oder man guckt sich die Rennrunde an mit Vollsprit je nachdem wo der wo der Fokus da liegt das ist bei manchen Autos das sehr ähnlich wie die Runden dann gefahren werden wie die Input sind bei manchen Autos sind die Setups durchaus verschieden von Qualifying zu Rennen ich glaube der McLaren ist meistens das gleiche Setup von vorne bis hinten mit ein bisschen Sprit und beim BMW der ist im Qualifying so nervös weil der hinten so leicht ist der funktioniert quasi ohne den vollen Tank gar nicht da muss man dann am Setup ein bisschen was ändern und vielleicht auch bei den Inputs noch ein bisschen vorsichtiger sein oder so also darum es macht Sinn meine Qualifying Runde und meine Rennrunde miteinander zu vergleichen weil sich der Fahrstil unterscheiden kann zumindest ich hatte gesehen ich hatte von dir zum Beispiel auch ein Paket das war mit dem McLaren auf Cota und du hattest sogar noch Replays mit reingepackt habe ich das richtig gesehen? ja genau das haben wir irgendwann auf halbem Weg hinzugefügt diese Option weil wir gesagt haben das wäre doch gut wenn das jeder auch für sich einfach nochmal hinten vorwärts rückwärts sonst wie abspulen können Kamera wechseln egal deswegen ist das nicht zwangsläufig bei allen Paketen dabei es sind ja noch ein bisschen neu bei manchen ist das Replay da mit drin das ist sozusagen wenn man auf Download klickt ist das Replay einfach mit drin und für ja und wer möchte kann auch noch seine YouTube Hotlab da hochladen den Link in dieses Paket posten und dann kriegst du diesen Button ja genau aber die Fahrer sind dazu alle angehalten das Replay reinzumachen das Spiel zeichnet ja sowieso eigentlich immer auf da ist quasi keine Zusatzleistung von den Creators gefordert ja genau und auch bei den Beschreibungen sind die Leute halt frei je mehr sie reinschreiben also ich habe schon von einigen gehört dass sie das gut finden wenn wir da ein bisschen reinschreiben was man noch so justieren kann vielleicht deswegen steht bei mir jetzt weiß ich beim Ferrari den ich jetzt zuletzt gefahren bin habe ich immer noch reingeschrieben was für Einstelloptionen man noch hat wenn es ein bisschen zu scharf ist das Setup oder wenn es ein bisschen zu untersteuernd ist dann kann man noch dieses und jenes ändern genau da steht ein bisschen was das ist jetzt alles Englisch was wir auf jeden Fall noch machen ist dass es von den Grundelementen auf der Seite wird es auf jeden Fall noch mehr Sprachen geben wie wir das mit diesen Beschreibungen des Setups lösen müssen wir mal schauen vielleicht nehmen wir da einfach so ein bisschen automatisch Google Translate und ja die wichtigste Frage im Moment kostet jedes Paket ein Fünfer das werden wir machen bis wir glatte tausend Nutzer haben damit wir uns bei denen bedanken und danach sind es 50 Cent mehr das heißt man muss dringend sich jetzt anmelden beste Werbung kauf jetzt jetzt ist es günstig der Stock geht hoch Freunde ah ja wir verdoppeln natürlich die Preise dann danach natürlich na gut aber wenn man jetzt mal überlegt du bekommst halt wirklich eine Beschreibung wie bei dir du bekommst das Datenpaket du bekommst das Setup dazu und du hast noch die Review dazu also du kannst ja quasi mit deinem eigenen Auge die Strecke von einem Profi lernen ja so ist zumindest die Idee ich meine das Spiel gibt ja auch eigentlich die MoTEC Daten gibt das Spiel ja standardmäßig mit das Problem bei MoTEC bei dieser Track Map ist nur dass MoTEC die Streckenkarte anhand der Gehkräfte malt das heißt die Strecke die man in MoTEC sieht ist eigentlich die gefahrene Linie man sieht sozusagen nicht wie man sich im Verhältnis zu den Streckenbegrenzungen verhält das fehlt da einfach und ich glaube da ist für die meisten tatsächlich was zu lernen so wie jetzt bei dir auch zu sehen war in Kurve 1 dass ich halt einfach von der Strecke runterfahre weil mir das Spiel das erlaubt und das habe ich gehofft mit dieser Darstellung mit dieser Streckenkarte erreichen zu können dass man wirklich sieht ach so hier ist das Auto so weit draußen oder so weit in das fehlt im MoTEC halt plus MoTEC hat irgendwie noch tausend Informationen extra die die meisten Leute gar nicht brauchen ja kommt da nochmal haben die Möglichkeit haben die Leute sich irgendwie Möglichkeiten dir Feedback zu geben also dass sie dass sie sagen können dass optisch irgendwie dass sie Schwierigkeiten haben die Runden einfach so zu kompären dass sie dir dort irgendwie was geben können in der Hinsicht klar also ich glaube sogar manche Creator haben einfach noch genau da ist einmal mein Discord da kann man natürlich hinkommen da gibt es diverse Channel und eben auch welche die sich nur um das Popometer drehen ich glaube haben wir Discussion heißt der glaube ich da kann man dann einfach reinschreiben was einem immer dazu einfällt wir sind ja noch in Entwicklung also wir nehmen jedes Feedback gerne an und ansonsten haben auch viele Creator auf der Plattform ihr eigenes Discord mit in die Setups geschrieben das heißt wenn man eine ganz konkrete Frage hat zu irgendeinem Paket das man gekauft hat ich glaube bei dem Basti Richter oder so genau der schreibt das auch immer mit rein das Unicorns of Love Discord dann dann kann man sozusagen nochmal konkreter für ein bestimmtes Setup Paket fragen oder so ja genau solange man nicht eine Milliarde Nutzer haben wovon ich nicht ausgehe ist das glaube ich alles noch handelbar ja warte mal ab warte mal ab ein, zwei wären das bestimmt noch ja ja cool eine Sache da möchte ich aber die 2055 sehen übrigens 2055 mache ich ich gehe ich habe jetzt noch bis 20 Uhr habe ich noch Zeit ich hänge mich da jetzt rein ich habe das versprochen ansonsten muss ich ja einem User 20 Mark zukommen lassen dass ich vier Pakete kaufen kann genau und ich glaube deswegen mache ich noch eine kurze Zusammenfassung jetzt von deiner Runde quasi das wäre einmal doch nochmal schauen ob dir die Strecke mehr Strecke erlaubt also ob du irgendwo mehr benutzen kannst das andere ist nochmal reinzufühlen musst du hier eigentlich voll bremsen oder hast du dann dadurch keine Lenkung mehr zur Verfügung man soll ja nicht zu viele Sachen machen das dritte ist nochmal zu schauen in der Lenkung könntest du dir das zunutze machen so ein Mühe zu viel zu lenken um das Auto zu stabilisieren und das vierte und letzte wäre für mich dann einfach mal auch reinzufühlen ins Differenzial mit dem Gaspedal was passiert da eigentlich wann und wie schnell möchte ich diese Effekte haben wenn ich vom Gas raufgehe oder vom Gas runter oder aufs Gas raufgehe ja vier Sachen also das sind auch Sachen die ich mir abgespeichert also Bremsen, Lenken, Gas geben also alles eigentlich alles ja Nils scheiße überdenke nochmal dein ganzes Fahrwein nein das ist total gut wenn man wenn man anderthalb Sekunden off ist was nicht viel ist und man so viel Unterschiede sieht dann ist es auch relativ simpel noch was zu ändern aber wenn man sagen wir mal anderthalb Sekunden off wäre und das wären keine großen Unterschiede dann wäre es ja ziemlich schwierig eine Frage habe ich noch zum Abschluss die geht persönlich an dich haben Menschen immer noch die Möglichkeit eventuell bei dir ein Coaching zu beziehen genau gibt es auf jeden Fall es gibt leider im Moment schon ein bisschen eine Warteliste es sind irgendwie sehr der beschäftigte Zeiten gerade aber ich arbeite das ab das kann man natürlich machen auch da gibt es in meinem Discord einen Channel für da sagt man einfach einmal hey ich hätte das gerne und ja ich arbeite da durch aber das machen auch nicht nur ich das macht auch zum Beispiel der Gregor Schill mein Teamkollege der macht das auch sehr gut mittlerweile also wenn es nicht unbedingt ich sein muss Gregor weiß auch wie man fährt der hat mehr Zeit als Student boah Gregor der alte Student ey ey Nils dankeschön für deine ganze Zeit dass du dein dein Wissen sogar noch for free rausgegeben hast an uns und dankeschön dass du Popometer gemacht hast ich bedanke mich ja einfach mindestens genauso für die Bühne fürs Zuhören fürs Interagieren für die Fragen und was noch so kommt wenn ihr möchtet im Chat ist der Link gerade zu Nils zu seinem Twitch-Kanal ich denke mal über den Twitch-Kanal werdet ihr auch alles andere finden wie Twitter und YouTube Nils hat auch sehr sehr viele schöne YouTube-Videos wo es um Setup geht also wo es wirklich um das spezifische Verstehen von Autos geht wo ganz viel erklärt ist also wenn ihr da auch mal rein da wollen das ist genauso gut erklärt wie hier auch nur auf Englisch größtenteils also das kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen ansonsten schaut mal zu wie ihr Autorennt fährt weil da fällt ihr nämlich alles aus dem Gesicht das sieht immer aus als wenn da jemand schläft beim Fahren und dann noch schnell das ist richtig krass ja oder gerade einen Wutanfall bekommt weil er umgedreht wurde das passierte häufiger habe ich gehört bei Nils muss man drüber hinwegsehen sind Emotionen die da hochkochen nicht wahr das ist besser geworden glaube ich ja alles gut man wird ja auch nicht jünger ok ja super hat Spaß gemacht dankeschön Nils vielen Dank ich gebe mir jetzt größte Mühe bis heute Abend 2.55 auf den Tacho zu kriegen genau ich schaue rein überprüfe das und dann sehen wir weiter 6 Hausaufgabe 6 bam nice hey lass dir gut gehen und hab ein unglaublich schönes Wochenende fährst du dieses Wochenende ein Rennen Nils ist nichts geplant ich glaube ich werde mich dran setzen gleich wieder weiteres Setup-Pakete für nächste Woche LFM vorzubereiten schön gibt ja wieder diverse Autos ich weiß gar nicht was die nächste Strecke ist ich glaube in der einen Serie sind noch die anderen US-Strecken dran genau und ich weiß gar nicht was die zweite nächste Strecke ist in dem kleineren gar nicht im Kopf wann wäre denn dein nächstes Rennen ich glaube wir fahren nächsten Samstag da ist dann wieder Endurance SAO ich glaube 8 Stunden Indianapolis also neues Pflaster für alle oh geil wirst du streamen oder jemand von euch streamen ja ich stream das immer ich hab mir das jetzt einfach so angewöhnt ich hab das nicht so gemocht im Qualifying immer weil das irgendwie doch zusätzlicher Druck ist aber am Ende macht man auch diesen E-Sports da doch für die Zuschauer das Preisgeld ist einfach im Simracing nicht groß genug ja und darum nehm ich lieber die Leute mit auf die ganze emotionale Reise von Qualifying bis Rennende das ist schön und ich glaube das würde sehr viele Leute freuen jawohl dann Nils hat ein schönes Wochenende vielen Dank nochmal für deine Zeit dass du dir die Zeit genommen hast und lass es dir gut gehen ja ja dir und allen im Stream auch habt ebenfalls ein schönes Stream und ein schönes Ausdauerrennen am Wochenende Dankeschön schönen Huss bis dahin